Goldenes Jubiläum in Wiesbaden. Der Ball des Sports hat seine 50. Auflage mit einer spektakulären Gala gefeiert. Im Mittelpunkt des glanzvollen Events rund 200 aktuelle und ehemalige Top-Athleten rund um die Sportler des Jahres, Malaika Mihambo und Niklas Kaul. Das ganz Besondere ist so dieses Zusammentreffen der Sportfamilie. Wir sehen hier oder wir sehen uns hier die Sportler, die sich vielleicht nur ein bis zweimal im Jahr sehen. Das ist natürlich irgendwie ein legendäres Event, aber ich finde es immer schön, wenn irgendwie so etwas Wohltätiges mit einem schönen Anlass verbunden wird. Dass man einfach ein bisschen den Sport feiern kann für das, was er bietet. Für mich ist es der erste Ball des Sports. Von daher bin ich natürlich froh, hier bei einer Jubiläumsauflage sozusagen mit dabei zu sein und lasse mich einfach überraschen, was der Abend so bringt. Zum 50. Geburtstag besuchte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Ball des Sports. Im Anschluss performte Deutschlands Pop-Ikone Herbert Grönemeyer exklusiv. Eine ganz besondere Ehre für die 2000 Gäste. Das ist die höchste Wertschätzung, die man bekommen kann von der Politik, dass der Bundespräsident, aber auch Frau Kramp-Karrenbau, Jens Spahn, Volker Bouffier, all diese Gäste da sind. Das ist für die Arbeit der Sporthilfe, aber auch für die Athleten eine sehr große Anerkennung. Es ist Europas erfolgreichste Benefizveranstaltung im Sport. Bei der Sporthilfe rechnet man mit einem Gesamterlös von mehr als 750.000 Euro für die Athletenförderung. Der Ball des Sports, eine großartige Show für den guten Zweck.